Said, ein arabischer Vollblüter aus dem Jahr 1999. Said geht in väterlicher wie mütterlicher Linie auf die aus dem Orient importierte Gründerpferde Bayraktar und Murana des königlich-württembergischen Gestüts Weil zurück, die auch in der Trakenazucht zu großer Blüte kamen. Er verkörpert die bereits bei der Gründung des Gestüts Weil 1817 angestrebten Zuchtziele des schönen und leistungsbereiten Reitpferdes in nahezu idealer Weise. Seine Hengs-Leistungsprüfung legte er vierjährig mit besonders guten Leistungen im Springen ab. Er war später als Lehrpferd mit auszubildenden Interessuprüfungen auf Turnieren erfolgreich. Auch als Schaufährt weiß er zu überzeugen. Er vererbt Adel, Rittigkeit, Linie und Harmonie im Körperbau an seine Nachkommen. Sein Vater Pamir hat mit Jehim, Said, Shalimar und Voltaire vier gekörte Söhne, acht Staatsprämienstuten und 28 Nachkommen in M-Dressuren, M-Springen und L-Vielseitigkeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!